ein wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play stardew valley so wir sind hier am wetten des tables 17 haben wir unsere eier weg so die natürlich müssen mal gucken ob wir da unten schon irgendwas zu ernten haben nee wir haben ja überall ja blumenkohl überall über über überall das gibt kohle wenn das fertig ist so ich habe gesagt wir gehen meinen heute können wir erst mal gucken gibt es irgendwas aber queen of the souls greetings of the queen of the souls here to teach you a new new mouth watering receipt from my secret book this week's dish cranberry candy is a fun one help to you celebrate bla 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 yes you do you learned how to cook cranberries candy cool cranberries candy hier da nee reddish cranberries candy apple sugar ja 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 schön 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 fried egg ein egg macht 50 energie und 20 leben wir wissen ja ein normales egg macht 25 jährige und 10 leben also das ist schon mal eine explosion quasi so potatoes von paredes mitnehmen so nehmen wir potatoes mit einer 50 potatoes müssten eigentlich reichen damit wir ja genug gewappnet sind wie sieht es uns mit unserer kriegsausrüstung tragen wir brauchen das killerschwert jetzt haben wir schon die pickaxe und dann müssen wir die anderen kram nur weg klatschen da brauchen wir nicht wenig hier machen wir drosen ja da 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 so sieht es aus so ist es schön dann machen wir uns jetzt wir waren ja schon bei unseren kühlen drin hier waren wir schon so machen wir uns auf den weg zur mine und ja jetzt gehen wir den langen weg aber gut soll mich jetzt nicht stören wir hätten ja auch schön das mine card nehmen können wo wir es schon so erfolgreich frei muss das denn hier ein mini baum kaputt salom berry salom berry noch mehr salom berry hallooo so nehmen wir auch mit hier den league dere wie das liegt da haben wir noch mehr salom berry da haben wir diese ananas hier ne white hairage Sieht aus wie einer anders bin ich. Wenn wir so weitermachen, ey, dann haben wir hier so... Oh, das kann ja nicht angehen hier. Überall hier diese Dinger. Diese Salonberry. So, wir brauchen, ich glaube, ich glaube, von 40 an und klatschen wir uns mal ein bisschen runter. Gucken wir mal, wie viele Wesen wir klatschen können. Hier, tot. Bam. Stopp. So. Nehmen wir einfach hier schön viel Eisen mit und so. Aber ich glaube, das brauchen wir echt. So, haben wir immer das sehr auf Gold gesetzt. Und das war ja... Also haben wir davon reichlich, kann ich echt sagen. Reichlich, reichlich, reichlich. So, hier ist nichts. Ja, guck mal, da oben. Hier haben wir wieder was. Hier haben wir kaputt. Noch mehr in... Ne, gehen wir einfach wieder direkt Downstairs. Hier sind voll die Oberkiller hier mit unserem Master-Schwert. Hier mit unserem Super-Schwert. Ich weiß, es gibt bessere. Oh, komm mal, Glow-Ring. Wieder so einen dämlichen Ring, den wir nicht verkaufen können. Ich weiß nicht, was soll man mit dem ganzen Ring anfangen denn? So, ich glaube, ich muss mein Handy mal auf der Autor stellen. Sonst haben wir die ganze Zeit jetzt so ein Gedügel. Stirb. So, Kohle, geil. So. Ha. Meine Freundin schreibt mir gerade, was sie bekommt. Ich habe ihr nämlich eine kleine Belohnung gekauft, weil sie zwei Einsen geschrieben hat. Sie ist auf Fortbildung. Und dann habe ich gesagt, dann kriegt sie eine kleine Belohnung. Aber es ist nur eine Kleinigkeit. Wenn sie mit dem Lehrgang fertig ist, kriegt sie was Größeres. Sie wollten eine Uhr haben. Kann sie sich eine Uhr aussuchen? Ich sage mal so, für jede Anstrengung oder wenn man irgendwas leistet, muss man sich belohnen. Ne? Belohnung ist immer wichtig. Ich belohne mich auch immer, sobald ich hier irgendwie extra ein Wochenende gerissen habe oder mehr Arbeit oder so, dann gönne ich mir irgendwann immer eine Kleinigkeit und regelmäßige Abstände. Denn so macht das hier Spaß. Man gönnt sich was und das ist schön. Und dann ist es halb so schlimm, weil man sieht, ah, man bekommt was Neues, was Schönes, man kann sich mehr leisten durch diese Mehrarbeit. Insofern immer belohnen, immer kleine Belohnungen. Und nicht immer nur Eis ansprachen. Das macht auch keinen Sinn. Weil man wird deprimiert, sie ist zwar, hab ich viel Kohle, aber, ne, hat nichts, so quasi, ne. So, davon. So, springen wir mal hier ein bisschen. Hier, 50. So, Energie geht langsam wieder. Oh, komm mal hier. Beautiful, beautiful, Iron. Oh, ich muss es wieder niesen. Nein, Güte. Tut mir leid, fast voll ins Mikrofon genießen. Fast, ne? Fast voll. Also hab ich nicht mehr, aber so gut wie, Gold. ein bisschen Kohle hier. Kohle hier, Kohle, 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 Kohle immer gern gesehen hier, kleine Glitchies, Slimies. Müssen wir mal gucken, die können wir irgendwie über diese Slime-Presse irgendwie verwandeln. Es gibt ja auch irgendwie dieses komische Haus, da wo man irgendwie mit dem Schleim was anfangen kann. Oder irgendwie mit Schleim, Schleimerzeug können oder sowas, so wie ich das so ein bisschen verstanden hab. Was ja auch nicht irgendwie so viel Sinn macht, aber gut. Gucken wir mal. So. Schon wieder Amityste. Sehr gut. Very nice. Was ist das? Geht's nicht längst, ne? Sah jetzt so fast so aus. Gibt's hier irgendwas? Ja, gibt's hier. Komm, der Baum geht kaputt. Noch so ein komischer Ring hier. Magnetring. Ah, ich glaub, der ist ganz cool, ne? Mit dem Magnetring ziehen wir hier ähm, nein. Verdammt, ey. Mit dem Magnetring können wir in welchen, glaub ich, einen größeren Radius dann, mit dem wir die, unsere Fundsachen quasi oder so anziehen können hier. So, du kommst mal kaputt gehen, hier tot, du. So, jetzt einsammeln hier, was wir hier alles so haben. Aber wichtig, immer erst mal Monster töten. Sonst macht ihr es nachher wie ich einfach so blöd so ein bisschen hier doof rumtrotteln und dann die falsche Waffe auswählen, ne? Und dann habt ihr den Soldaten, die dann kommen. So, haben wir noch mehr in Reichweite? Sehe ich jetzt nicht. Gehen wir nochmal hier hier hin. Oh, Slimey. So, das ist hier voll das Quer-Level, so wie es aussieht, da hab ich grad keinen Bock drauf gerade. Dann wozu soll ich mich hier abquälen? Ich hab die ganzen Level ja schon durchgespielt. Gehen wir einfach mal auf 60 runter. Schön, was wir die Statistik tun hier. Wenn wir die Dinger hier abschlachten. Ja, dann muss es ja machen. So schön, die haben wir wieder. Ach, hier, Copperohre ist hier. Wunderbar, hier, eins nach dem anderen, hier, da, 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 eins verderben. Ach so. So viele hier. Komm, Türkt, Familie, ähm, Dingsbums. So, haben wir noch hier irgendwo was? Ja, da hinten. Das wollen wir dann auch natürlich mitnehmen. Ach, komm mal hier. Müssen wir gar nicht so weit laufen. Wow, wow. So, hier wieder. Ja, da war ich zu übermütig hier. Stopp. So. Was ist denn noch? Nö. Dann gehen wir gleich wieder einen tiefer. Hi, Luft. Tod, du. und solltet eben auch immer reichlich ab jetzt. Na, wo ist die Treppe? Komm schon. Komm raus. Ich finde dich sowieso. Da. So, hier. Oh, schön. Eisen. Unser. Hier, komm. Zack. Zack. Na, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da, hätte ich aber fast übersehen. Guck. Guck mal, da sind jetzt die Treppe. Haben wir hier noch irgendwas? Ach, steht im Ausstieg gekommen. Irgendwie Eisen, irgendwo. Okay. Ja, welche nehmen wir? Welche nehmen wir? Gut schon. Komm, Gespenst. Komm her. Du, 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 du sein. den Ghostfischer haben wir gefangen. Okay. Oh, was heißt gefangen? Gefangen ist relativ. Oh, es ist sehr lang. Wo sind wir noch mal hergekommen? Oh, von rum? Oh, da, da, da. Nee, sind wir gar nicht hergekommen. Nein! Schnell, kleiner, ach, hier sind wir hergekommen. Schnell, kleiner Zwerg. Laufet, laufet. Und tötet die böse Schleder. Mal auf. Oh, da, 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 da. Ja, ich wollte, nie für mein. So, ab in unsere 3,7en. Äh, nee, 3,7en? Oh, mitnehmen. Blump. Blump. Oh, jetzt sagt er noch mal, ja, es ist spät. Ich bin so müde. So müde ist der Kleine und wir rennen gleich direkt hier durch, weil wir das Geld jetzt aktuell nicht brauchen. Komm, schlafen. Habt ihr schon ja gesagt. Mann. So, ein neuer Tag beginnt und spektakulär haben wir nichts, ja, nichts, nein, nichts erreicht, das stimmt jetzt so nicht. So, wir können jetzt unsere Schätze auspacken oder unsere wegsortieren. Guck mal, Gold. Wir haben Quarz, wir haben Kohl, wir haben Ironal, wir haben Aquamarine, wir haben Frozen Tier, wir haben Iron, ähm, Frozen Tier, Jade, Steine, nicht Amethyst, ne, gerne. Ähm, Quarz natürlich nicht. Quarz können wir da nicht reinpacken, natürlich. Ne Quarz, Quarz. Winter, das ist so eine Frucht, und das andere ist so, ja, schöne Sachen, die wir gefunden haben. Ich würde fast sagen, wir gehen erstmal raus. Ja, die brauchen aber noch. Wir können, guck mal, was wollen wir verkaufen? Bomben sind eigentlich ganz cool, haben wir festgestellt. Weg, 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 sowieso. Aber brauchen wir auch nicht, gerade nicht. Doch, die behalten wir lieber. So, das sind wir auch lieber, hier, weg, weg. Wir verkaufen. Runter, can tell you, ach, das, die haben wir noch nicht, die Artefakte haben wir noch nicht, noch nicht. Eigentlich wollte ich die jetzt alle nicht verkaufen, eigentlich. Na gut. Holz weg, gut. hier fischen, ich weiß zwar nicht mal, wie die hier angefangen haben, aber, die haben wir so bekommen. Ach, hier waren unsere, ach so, wir haben gesagt, wir haben das Quatsch schon reingeschmissen. Wir kommen weg damit, brauchen wir jetzt nicht. Oh, die Box ist schon wieder voll, man. so ganz im Nuss, die Kram hier. Das ist, ähm, die Ringe wegpacken. Die Crystal Food brauchen wir jetzt auch nicht. Kann ich auch in der Box. In der Box. So, wir gehen zu unseren Chicken. Komm. So, bitte, bitte, bitte. Ihr seid voll. Wir schmeißen die Malonese-Maker an. Kartoffeln haben wir, wir haben wieder unsere Kriegsausrüstung dabei. Pilze haben wir, glaube ich, heute gar nicht. Wir können auch mal eine Kiste packen, und dann können wir gleich weiterfahren mit unserer drei Sine in die Mine. Dann machen wir heute nochmal so einen Minentag, und ein bisschen was. Wir können auch mal kurz gucken, was wir so brauchen, in welcher Region wir meinen müssen. So, haben wir hier Iron. Haben wir nicht. Wir haben hier ein paar Bachen. Iron haben wir fünf Stück hier. Das ist nix. Wir haben 123 Gold, 100 Kohle, 50 Iron, und 170 Kupferohren. Das heißt, wir brauchen echt wieder, wir machen wie gestern, gehen wir auf Iron, weil Iron braucht man auch für viele Sachen. Hier Eisen, ne? Das ist ja Bescheid. Wenn sie uns so anspringen, kann man ja nicht nur einen sagen. Nein, vom Stein liegt im Weg, oder nicht? Keine Spur darüber. Ab zu dem 1. So, wollen wir hier in die Blume jetzt mit diesem schönen Grießkramm verschenken? Wie auch immer. Ich bin mir noch nicht sicher, was wir mit dem Typen machen müssen. Nehmen wir auf 70. Das ist ja schon relativ weit unten. Oh, ich sehe gerade die Zeitlauf-Unds davon. Wenn ihr Spaß hattet, oder gerne zugeguckt habt, wie auch immer, wie ihr das halten wollt, lasst gerne einen Daumen da, schreibt gerne was in die Kommentare. Wenn ihr ein Abo da lasst, würde ich mich auch sehr freuen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.